jinder berg meine freunde heute mal wieder ein kleines youtube video von mir und zwar zeige ich heute für euch ein bisschen modern war vor und da ist die map mw2 rausgekommen rast ist rausgekommen ganz wichtig was ich vergessen habe zu sagen wir nmg sniping haben einen neuen partner namens fatal grips mit dem code nmg nmg kriegt ihr zehn prozent auf alles also gönnt euch unterstützt uns so jetzt wird hier mal eine runde rust gezockt oder was guckt euch mal die map allein schon an digga oh mein gott digga pure nostalgie alle heftig oh kolettel headshot einfach kolettel headshot nice sexy sexy auch mal ein Wir missen, sie heißt es da Uh, hoch rein Ey, der war doch drauf Der war auch drauf Der war auch drauf Der war doch drauf Gott Der Dobi ist eigentlich ganz okay Es war in diesem Moment, dass er wusste Er f***d auf Ich kann es hier hin Nee Oh, Hitmarker Ich hasse Hitmarker so doll Kann er als Sniperer machen Die geil f***d, komplett Mann, Digga Der pisst da mit seinem C4, Junge, Mann Was mit ihm Oh, Digga Nur am C4, Alter Rage Rust, Digga Nice Rage Rust Oh, Hein, Digga Ja, das sind kleine Schwitzeiten, ne Ja Schon Du bist du Du bist du Du bist du Du bist du Oh, mein Gott Was mach ich grad mit dem? Oh, mein Gott Was mach ich grad mit dem? Digga Digga, hab die geflext einfach Dieses Movement und der Schock War schon anders geil Das war schon So weg Digga, hab die grad so zerstört Digga Oh Gott Das war schon sehr köstlich Oh Mann ey Grüß du Wichser Aber ey, guckt euch mal bitte Rust an Sexy, ne? Rust ist schon echt sexy Echt nicht sexy, gell Okay Jetzt hole ich wieder alle Let's go Gar nix Dickers hier Direkt Wir haben 39 Spiels bis jetzt, ne? Also, wie ich schon hab, kann man sagen, dass man will Uh, mit nem Headshot gewonnen, Alter Mit nem Headshot gewonnen Oh bitte, ich hab besseres Spielzug Bitte, der war so sexy Wo ich die so, ja Mann, guck Da hab ich die so geflext Ne, davor Davor hab ich die so zerstört Ja, ich bin zwar negativ gegangen Aber manchmal hatte ich so sexy Movement So, ich hoffe das Video hat euch gefallen Lasst ein Like da Und Meine zweite Modern Warfare Montage Kommt wahrscheinlich im Laufe nächster Woche Oder nächstes Wochenende Muss ich mal gucken Schreibt mal in die Kommentare Ob ihr Hype seid auf meine Montage Ich bin der Schläge Ich bin der Schläge